war lustig so das ist doch beleidigt leichte beleidigt ne das hallo nö frechheit ich hab doch gar nichts gemacht wie kommst du da drauf dass ich was gemacht hab aber nochmal zurück springen wie in die bananen hier vergete du bist so still ne das ärgert mich hast du schon wieder finger im po fuck verdammte scheiße hallo ne ich find das so frechheit ich hätte nur noch einen gebraucht du arsch ich hab mich so drauf konzentriert meine augen die taten weh beim letzten das hat so blöd gesprung eben das letzte ding war aber auch nervig ey das letzte ding war aber auch nervig ey herrschen wir haben in der fris zu den pop schutz was er was anderes mit dem pop schutz Du Arschgeige. Ach komm, mal Lacka. Das nervt mich doch. Das ist doch kacke, ey. Das Level gerade. Macht doch Spaß, dieses Rennen immer zu spielen. Ah ja, genau, hol dir noch ein Leben und hol dir wieder ein paar Münzen, ist klar. Siggi. Oh, 50 kommen wir auf jeden Fall noch. Ja, du kommst auch 60 noch. Die nächsten zwei Runden schaffst du auf jeden Fall eine Save. Ja, glaube ich nicht. Damit stehe ich mit meinem Namen, Hip. Hippidiop. Hippidiop. Mich jetzt gerade verarschen, Centus. Was denn? Was ist los mit dir? Was denn? 49 Stück. Ich mach mir grad Sorgen. Hui. Auf Nummer sicher gehen. Springe ich in den Rhein. Springe ich in den Rhein. Check it. Check it. Ich mach mir grad richtig Sorgen, warum du das schaffst. Woll ich schlecht bin. Oh, du Facket. Verpiss dich. genauso wie du, du. Assi. Boom. Boom. Das ist dir in der Ernst? Hm. Da hast du zu weit nach hinten. Wollen die Fackets dann wiederkommen? Hm. Ah. Du musst da irgendwo safe sein. Siehste? Ich sag, du schaffst auch den nächsten zwei Dingern in den Safe. Oh, und jetzt gibt die nächste Münze. Ah. Ich will gleich bei der Omi speichern, ne? Ja. Was machst du da? Schade ist nix. Ich dachte, da wäre was. Pop, 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 pop. Was war das denn? Das Speedcam kann ich in der Ernst gesehen. Na ja. Da ist der erste mit dem Fass. Du willst mich jetzt verarschen und schaffst du es halt nicht in einem durch waren. Was ist los? Da oben ist was, ne? Wo ist was? Nochmal zurück auf dem einen Fass, da war doch Bananen nach oben gezeigt. Da oben ist was. Wenn du einen Supersprung machst. Ja, ja. Oh. Ja, ja. Da hab ich gar nicht drauf geachtet. Mach mir mal auch egal. Bist du blöd. Ja, aber muss einfach. Super. Okay. Ach, Dinger noch. Wenn du dann schaffe ich das nicht oder? Keine Ahnung. Da sind noch die beiden da. Der kam gar nicht hinterher mit 10. Das gesehen. Ne. Jetzt kriegt das schon wieder das gleiche hin wie eben Ein Faggit kommt, ein Faggit kommt Ein Faggit kommt, das ist doch grad der, der spricht Pass auf Du verarscht mich doch Pass auf, du schaffst bestimmt den letzten gleich auch noch Steb, 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 steb Boah, fick dich Boah, fick dich, fick dich, fick dich Kommt nämlich noch einer Ey, du verarscht mich doch jetzt ne Du willst das doch nicht Jawoll Es Wie schnell kann die fette Fresse denn Ja, die kommt schnell Meine Fresse, ey, alles deine schon, du Wichser Ich will gleich bei der Omi aber speichern Halt die Fresse Wie Bestimmt war da vorne gleich das Ziel Ja klar, ist doch danach das Ziel Sicher, so zeig ich, ich hab da auch lange dran gesessen Das war der, der eine war der beste Versuch Ja Ja Meinst du, du schaffst das nie wieder Ja Jetzt sowieso nie mehr Wieso Weil ich das jetzt nicht mehr schaffe Wieso Darum Kannst du auf den Grund nennen Weil ich schlecht bin Oder dass du eher abstürzt Grund nennen und abstürzen, das kannst du ruhig machen Pfff Komm, ey Mann, malacka Pfff 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 Eigentlich sollte ich ja speichern, aber ich hab's vergessen Naja, Indiode Ach, sorry Pfff Pfff Zum Glück braucht er ein bisschen länger Pfff 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 sind dafür nicht gedacht dass du da drauf springen sollst mit dem schlangen ja klar du hast die 20 minuten erreicht wenn ich fertig bin mein letztes leben ich glaube ich noch eins dazu in paar sekunden und komme er hat auch im gesicht ja aber das macht das in unseren videos aus warum jetzt er und mann wo ich dich jetzt angeschubst abstürzen wir gerne also ich ja da muss ich den weiter jetzt hast du ihn überholt aber trotzdem stürzt du wieder ab also ja leck weiß ich nicht ja mach jetzt mal wieder pause das war das aber echt extrem spiel das leckt man merkt dass das doch eh nicht ehrlich dass das durch die leck ja nein nein